Der Mann hat für so viele Jahre ein Hüsa gebührt. Schmacken Hüsa, grauten Hüsa, fähren Hüsa. Eine sehr gute Arbeit hat er gemerkt. Aber er ist so schwierig. Er ist so alt und er will nicht mehr Hüsa merken. Er hat jeden Tag noch sein Wirt und er sagt ihm, ich will nicht mehr für dich schaffen. Ich will für meine Familie, ich will für mich, ich will für meine Familie und ich will nicht mehr Hüsa merken für dich. Er hat viele Jahre für diesen Wirt geschafft. Und in Wirt wird sehr schuld. Er wird ein guter Arbeiter. Er kann die Arbeit krägern, er kann die Arbeit fernern. Und der Wirt sagt ihm, ich will nicht mehr Hüsa merken. Er will nur noch ein Hüsa mehr machen. Noch ein Hüsa für mich machen. Und dann kann es abhören, und dann kann es tun, was du weißt. Der Arbeiter lässt sich beraten. Aber das ist allgemein zu sein, das kommt nicht von heute. Das heißt nicht, er merkt nicht so eine gute Arbeit. Er merkt nicht so kräg, nicht so Schmack. Er braucht einen Halt, wo er nicht so fern ist. Und er will bloß schwimmen vor dich haben. Wenn das Haus vor dich ist, nicht lange, dann sagt er dem Wirt, hier hast du ein letztes Haus. Dort ist vor dich. Der Wirt kommt zu Hause, und er sieht das Haus, besitzt sich dort. Dann nimmt er das Schläte, er bietet dir. Ich habe den Arbeiter da, dann sage ich dir, das ist dein Haus. Das ist ein Geschenk von mir zu dir. Wo ich schaue. Und er hat bloß gewusst, dass er sein Haus wird. Er hat sich selbst ein Haus. Er hat sich so viel Dollar angestrengt. So viel Bete hat er dir getan. Aber was werden wir im Leben vergehen? Dort die Entscheidungen, die wir jeden Tag merken, dass wir andere Menschen behalten, was wir tun mit den Menschen, die uns gegenüber sind, unsere Familie. Dort ist, wo wir uns Haus bieten. Dort ist, wo wir uns leben bieten. Und dort werden folgen sein. Und wo wir Luther leben, dort ist, wo wir gebeten haben, nun in der Dau, von der Dau. Matthäus Kapitel 7 Vers 12 sagt, So soll ich dich behandelt haben, so soll ich dich behandeln. Mein Baus hat das Leben, das Leben hier in Ewa. Und nicht vergeten, dass ich jeden Tag bin, mit dem Wirt, was ich sei, mit den Dingen, was ich tun, mit meiner Arbeit, ich rechte wenig ab, ich bin ein Tag. In meinem Leben wird Luther dort sein, so dass ich nun gebeten habe. Wo büßt du dein Leben, dein Verhältnis mit unseren Menschen, dein jäßliches Leben? Strängst du an? Gebst du dein Bastard? Oder lebst dein Leben bloß so hart und auf was er will wohl? Dann wollen die Folgen und Luther so sein. Gebet da wie bühe. Gebet da wollen die Folgen und Luther sein. Macht Gott uns hier nur geben, mit welchem Geld uns leben bühe. Gottes Ehre. Vertraue und glaube,